Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, verzögerte Reaktion des O2-Sensors, Lean-to-Rich-Bank-2-Sensor 2. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung, GMC, Chevrolet, Ford, Dodge, Chrysler, VW, Toyota, Honda und so weiter gilt, Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren, wenn ein mit OBDI-Ausstattetes Fahrzeug einen gespeicherten P014B-Code hat, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine verzögerte Reaktionszeit vom nachgeschalteten oder nach dem Katalysator Sauerstoffsensor O2 oder Stromkreis für die Motorbank 2 erkannt hat. Bank 2 gibt die Bank des Motors an, die den Zylinder nicht enthält. O2-Sauerstoffsensoren für Kraftfahrzeuge bestehen aus einem Zirkonium-Dioxidsensorelement, das durch ein speziell entwickeltes, belüftetes Stahlgehäuse geschützt ist. Platinelektroden werden verwendet, um das Sensorelement an Kabel im O2-Sensorkabelbaum zu befestigen, der über das Controller Area Network CAN mit dem PCM verbunden ist. Das PCM wird mit einem elektrischen Signal versorgt, das dem Prozentsatz der Sauerstoffpartikel im Motorabgas im Vergleich zum Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft entspricht. Abgase werden in den Auspuffkrümmer und die Abflussrohre gedrückt, wo sie über durch den vorgeschalteten O2-Sensor strömen. Das Abgas strömt durch die Entlüftungslöcher des O2-Sensors im Stahlgehäuse und über das Sensorelement und Umgebungsluft wird durch die Drahtleitungshohlräume gesaugt, wo es in einer kleinen Kammer in der Mitte des Sensors eingeschlossen ist. Die eingeschlosssehne Umgebungsluft in der Kammer wird durch das Abgas erwärmt, wodurch die Sauerstoffionen gezwungen werden, Energie-Spannung zu erzeugen. Abweichungen zwischen der Konzentration von Sauerstoffmolekülen in der Umgebungsluft in den zentralen Hohlraum des O2-Sensors gezogen und der Konzentration von Sauerstoffionen in den verbrauchten Abgasen führen dazu, dass die erhitzten Sauerstoffionen im Inneren des O2-Sensors sehr schnell und schnell zwischen den Platinschichten springen wiederholt. Spannungsschwankungen treten auf, wenn die rauschenden Sauerstoffionen zwischen den Schichten der Platinelektroden springen. Diese Spannungsschwankungen werden vom PCM als Änderungen der Abgassauerstoffkonzentration identifiziert, die darauf hinweisen, dass der Motor entweder mager, zu wenig Kraftstoff oder Fett, zu viel Kraftstoff läuft, wenn mehr Sauerstoff im Abgas vorhanden ist, magerer Zustand, ist das Spannungssignal vom O2-Sensor niedrig und höher, wenn weniger Sauerstoff im Abgas vorhanden ist, fetter Zustand, diese Daten werden vom PCM hauptsächlich zur Berechnung der Kraftstoffzufuhr und des Zündzeitpunkts verwendet, aber auch zur Überwachung des Wirkungsgrads des Katalysators, wenn der betreffende O2-Sensor über einen festgelegten Zeitraum und unter bestimmten vorgegebenen Umständen nicht so schnell und oder regelmäßig wie erwartet läuft, wird ein P014B-Code gespeichert und eine Störungsanzeigelampe kann aufleuchten, andere Fehlercodes für die verzögerte Reaktion des Sauerstoffsensors umfassen, P013EO2-Sensor verzögerte Reaktion, Fett bis Mager, Bank 1 Sensor 2 P013FO2-Sensor verzögerte Reaktion, Lean-to-Rich, Bank 1 Sensor 2 P014AO2-Sensor verzögerte Reaktion, Fett bis Mager, Bank 2 Sensor 2 P015AO2-Sensor verzögerte Reaktion, Fett bis Mager, Bank 1 Sensor 1 P015BO2-Sensor verzögerte Reaktion, Lean-to-Rich, Bank 1 Sensor 1 P015CO2-Sensor verzögerte Reaktion, Fett bis Mager, Bank 2 Sensor 1 P015DO2-Sensor verzögerte Reaktion, Lean-to-Rich, Bank 2 Sensor 1 Schwere Grad und Symptome des Codes, da ein P014B-Code bedeutet, dass ein O2-Sensor über einen längeren Zeitraum langsam oder nicht reagiert hat, sollte er als schwerwiegend eingestuft werden, zu den Symptomen dieses Codes können gehören, geringere Kraftstoffeffizienz Ein allgemeiner Mangel an Motorleistung Andere verwandte Diagnosefehler-Codes können ebenfalls gespeichert werden Service-Motorbald Lampenbeleuchtung Ursachen Mögliche Ursachen für das Setzen dieses Codes sind, O2-Sensor ONG Defekt verbrannte, defekte oder nicht angeschlossene Kabel und oder Steckverbinder Katalysator Defekt Motorabgas Leck Diagnose und Reparaturverfahren Einige der wichtigsten Tools, die ich zur Diagnose eines Codes P014B benötigen würde, sind ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter DVOM und eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle All Data DIY, vor dem Versuch, einen Code P014B zu diagnostizieren, müssen alle Codes für Fehlzündungen des Motors, Codes für Drosselklappenstellungssensoren, Codes für Krümmerluftdruck und Codes für Luftmassenmesser Kabelbäume Kabelbäume Wie Sie an Auspuffschildern zu finden sind, suchen Sie in Ihrer Fahrzeuginformationsquelle nach Technischen Service Buildtanks, TSB Wenn Sie eines finden, das den Symptomen und Codes des betreffenden Fahrzeugs entspricht, hilft es Ihnen höchstwahrscheinlich bei Ihrer Diagnose TSB-Listen werden aus tausenden erfolgreicher Reparaturen zusammengestellt Als nächstes möchte ich den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss anschließen und alle gespeicherten Fehlercodes abrufen und Bilddaten einfrieren Diese Informationen können hilfreich sein, wenn sich der P014B als intermittierend herausstellt, notieren Sie sie daher für später Löschen Sie nun die Codes und prüfen Sie, ob der P014B zurückgesetzt wurde Wenn der Code zurückgesetzt wird, starten Sie den Motor, lassen Sie ihn die normale Betriebstemperatur erreichen und lassen Sie ihn dann im Leerlauf laufen Mit dem Getriebe im Leerlauf oder im Parkzustand, verwenden Sie den Scanner Datenstrom, um die Eingangsdaten des O2-Sensors zu beobachten Wenn Sie die Datenstromanzeige so einschränken, dass nur relevante Daten enthalten sind, wird eine schnellere und genauere Datenantwort angezeigt Wenn der Motor effizient läuft, sollten die Daten des vorgeschalteten O2-Sensors regelmäßig zwischen 1mV 0,100V und 9mV 900V schwanken Wenn Spannungsschwankungen langsamer als erwartet sind, wird ein P014B gespeichert Sie können die DVOM-Testleitungen an die Sensormasse und die Signalkabel anschließen, um Live-Daten vom O2-Sensor zu überwachen Sie können es auch verwenden, um den Widerstand des betreffenden O2-Sensors sowie die Spannungs- und Erdungssignale zu überprüfen Um Schäden am Steuergerät zu vermeiden, trennen Sie die zugehörigen Steuerungen, bevor Sie den Widerstand des Systemkreises mit dem DVOM testen Zusätzliche diagnostische Hinweise, sobald das PCM in den geschlossenen Regelkreis eingetreten ist, sollten nachgeschaltete O2-Sensoren nicht mehr so regelmäßig wie vorgeschaltete Sensoren laufen Niedriggradige Ersatzkatalysatoren oder überholte Katalysatoren sind anfällig für wiederholte Ausfälle und sollten vermieden werden